hallo freunde zurück zu der sims 2 und mit bummer mit einer neuen show ja hier in veronaville ist es winter geworden und wir gehen zu unserer spaßbremse ich habe leider schlechte nachrichten für euch mir ist leider die aufnahme kaputt gegangen die letzte aufnahme durch vielleicht grafikfehler oder keine ahnung ja der letzte spielstand wurde mir nicht gespeichert und deswegen habe ich alles noch mal neu bauen müssen ihr seht habe ich da schon ein bisschen was vorbereitet für euch das klo ist jetzt nicht mehr so wie es war das habe ich umgebaut weil die alle in ein klo gesprungen sind habe ich mir gedacht aber jetzt habe ich nur ein sammelklo dass jeder von denen einmal drauf gehen kann ja ich hatte nur noch dieses feld übrig und das alles andere habe jetzt nach und nach dazu gebaut die letzte aufnahme ist ja kaputt gegangen ich hoffe dass es jetzt ein bisschen besser läuft und wir dann so auf diesem stand bleiben können hier haben wir dachte hier baue eine bar ein hier paar außentische für vier sommer und eventuellen barkeeper engagieren und dass die leute da ein bisschen spaß haben ein billardtisch kommt noch rein das zeug wurde da nach draußen verfrachten die wand wird wegkommen sofern nicht mal die tatscheibe da weg bekomme die ich irgendwie noch in gebrauch keine ahnung wer die benutzt da müssen wir ein bisschen warten der getränkeautomat und den snackautomat die wurden nach der zeit auch wieder verschwinden die habe jetzt nur übergangsweise mal dahin gestellt um einfach mehr luxus zu bieten den gästen und wir schauen mal was unser unsere spaßbremse macht so der möchte reden über hobbys das wird auch tun und hier wartet schon einer auf mitspielen das natürlich auch machen der ist da was gerade nein der ist chips hier liegt ein bisschen müll rum und hier haben zwar einen abfalleimer hingestellt aber das räumt auch keiner auf man legt das bloß immer ab ja das finde ich natürlich oberschade so und jetzt geht er erst wolle mitspielen und dann geht er ah die oma die setzt sich hin und wird mit mir vielleicht mehr runde spielen oder auch nicht ja die coach wird auch genutzt das finde ich schon mal sehr gut und er übt sich im schach spielen so die träumt von mir das ist ja richtig nice wenn die von mir träumt die preise habe jetzt saftig angezogen auf 20 euro der anbau muss ja auch bezahlt werden sowie die terrasse und die zwei snack automaten da haben wir gedacht dann zieht doch mal die preise enorm an um einfach mehr geld zu generieren so heute muss er arbeiten jetzt geht es dann gleich los schaut es aus mit der energie da ist sehr gut eigentlich mit dem ich befreundet mit dem ist er befreundet ja dem hat er sich schon oft unterhalten ja jetzt bitte allein weiter die oma geht nach hause vielleicht kommt der enkel zur besuch wer weiß was die privat vor hat so oder draußen entschuldigung ich habe ein bisschen verstopfte nase so abschließen abschließend zu schließen warum zu schließen okay die türe scheint offen zu sein aber da geht noch keiner so recht nach draußen wenn wir doch dass man dann hier so ein rundbogen oder was einbauen aber wir können auch die wand dann abreißen 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 und oder sehe gerade da habe ich gar keine tapete daran gebaut so gucken wir noch mal gleich nach der tapete oder nach dem anstrich was mir da noch fehlt so schaut es schon besser aus so habe ich wahrscheinlich in der hektik vergessen so die außen fassade wird natürlich wieder ziegel haben ziegelsteine aber da weiß ich nicht das passt sogar ziehen wir mal darüber so drehen wir mal das ganze und machen hier zu so haben wir da auf der seite auch zu nein da haben wir noch nicht zu so haben wir zu genau so dann bauen wir hier noch ein fenster ein dass es im klo nicht so dunkel ist und da haben wir gedacht dass ich mir das das bull auge hier nehme gibt es noch eine andere farbe auch schauen wir mal dass das vielleicht ein bisschen passend zu dem ganzen sein wird naja ok natürlich nur von innen wahrscheinlich so das ist der kreis so sieht auch schlecht aus wie schaut das aus schaut das aus so und gucken wir mal ob wir das vielleicht in einer anderen farbe kriegen blau glas blau glas mit weiß oder mit schwarz ja brauchen wir so ein dass es ein bisschen heller wird in der bude das licht versetzt ein bisschen eins nach links und dann machen wir weiter ja so der übt immer noch fleißig an seinem tun was er immer er vor hat wir werden es nicht rausfinden so da wächst schon wieder Unkraut ja alle Rechnungen bezahlen müssen wir auch mal da oben wird schon einiges an ah ist schon nicht so weit ok manchmal sieht es auch dass der Briefumschlag gelb oder rot ist dann bei rot hat es dann schon eine gewisse Eile dies zu bezahlen ansonsten kommt der Kuckuck und nimmt euch den Schrank mit oder die Staffelei oder den Fernseher je nachdem wie hoch die Rechnung ist ich habe einmal gespielt dass ich keine oder nie eine Rechnung bezahlt habe aber im Endeffekt stehst du mit nichts da vielleicht ein Klo und ein Waschbecken und das war es auch alles andere wird er halt dann nach der Zeit genommen so jetzt lassen wir den da aufhören dass er da rechtzeitig zur Arbeit kommt ja da kommt ja der Gärtner das finde ich auch schön dass der immer wieder mal vorbeischaut und er geht in die Arbeit so und gucken wir nach seinem Handraum und Freunde und Umgebung und schauen zu was der Gärtner da uns veranstaltet ob er wieder so kurios arbeitet ja einen Fressnapf habe ich auch nein habe ich doch hier hier unter dem Schnee habe ich einen Fressnapf aufgestellt für die streunende Hunde wo hier rumlaufen dass die ein bisschen erst zum Essen haben und natürlich auf der Hoffnung dass der weiße Hund wieder vorbeikommt der wo mir recht gut gefällt und den wo ich dann gerne als Haustier haben möchte das ist so mein Wunsch dass ich jetzt mein Haustier habe und dann vielleicht irgendwann meine Freundin anlache und dann hier Techtel Mechtel und dann natürlich mit einem Nachwuchs gerechnet wird mit dem Nachwuchs habe ich natürlich schon die Planung gemacht dass wir hier oben uns dann erweitern praktisch einen zweiten Stock oder dass wir hier unser Kinderzimmer rein machen wie ihr seht ist jetzt die Rechnung gelb ja das muss also schleunig bezahlt werden und hier sehe ich gerade da haben wir einen Fehler ja dann nehmen wir doch den Fehler ok kann ich jetzt also ja zack und jetzt kann ich das so verschieben so wie ich sehe haben wir da auch noch keinen Wandanstrich dran das sind lauter so Kleinigkeitsfehler Flüchtigkeitsfehler wo ich mich bei euch entschuldigen muss jetzt brauchen wir bloß die passende kann das die sein ich sehe so schlecht ne das ist nicht das sehe ich ganz klar müssen wir wahrscheinlich das ganze Zimmer wieder umstellen oder umbauen dass wir unsere richtige Farbe bekommen das ist in Sommer Braunton oder ne Braunton ist das nicht ne 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 vielleicht die hier ne auch nicht ein bisschen heller ein bisschen heller hm jetzt kein Unterschied aber ich glaube die passt hm ok lassen wir doch mal so was macht das Bart das Bart könnte man eigentlich auch mal in diesem Ton fließen sovon es solche Fliesen überhaupt gibt ok die sind zu groß und das passt auch recht gut eigentlich dann machen wir das Bart so ran zack 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 bumti rumti bum 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 so gucken wir ob wir alles haben unten könnt ihr mit dem Pfeiler drehen und ich denke wir haben alles so der Aufgang wie ihr seht ja ist richtig schmal mal überlegt ob ich nicht vielleicht das alles weg machen sollte um einfach hier eine offene Atmosphäre zu schaffen ähm so einfach hier eine offene Affäre zu schaffen so dann schaut das doch viel wohnlicher aus sag jetzt mal so und na so und dann machen wir den da hin dann kann auch hier nicht mehr durchlaufen hm 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 wir können uns aber den auch hier hinstellen und das da hinstellen so ja jetzt vielleicht noch ein Lämpchen ups ein Lämpchen ran so eine Wandlampe so eine Wandschlampe hm gibt es hier noch eine andere Farbe nein so eine Wandlampe so eine Wandlampe ja die wird es globig sein die ist auch viel zu groß und die hier die schaut gut aus das kann so eine Leselampe sein gucken wir mal ob es die vielleicht auch noch in einer anderen Farbe gibt nein machen wir das so machen wir das so machen wir das so ja da kann er beim Lesen hier die Wandlampe äh Wandlampe nehmen und sich da mit austoben so jetzt haben wir dann schon wieder ein bisschen Accessoires reingesetzt und hier machen wir dann auch noch Tapete ran jetzt weiß ich natürlich nicht mehr welche das war das ist ganz klar nicht Oberloop so vielleicht die hier ne da ist ja irgendwas drauf die hier ne die hier ne die hier ne oder scheint das bloß so ne da ist was drauf mhm dann die hier hm die hier auch nicht ja das ist jetzt immer so eine Frage was für eine Tapete wir da hatten die hier ne oder war das im Anstrich weil das Haus war schon vorgefertigt von unserem Vormieter praktisch dann wusste ich nicht so recht was für eine Farbe der hatte und hat es mir auch nicht gesagt und hat es mir auch nicht gesagt so da unten ist sowas dran da unten ist sowas dran na gut machen wir es so so machen wir halt alles mit der gleichen Tapete da fällt das gar nicht auf dass ich mich da nicht ausgekannt habe so da noch und da hinten noch so da schaut das doch schon wieder ein bisschen besser aus so die ah das wollte ich noch versetzen genau damit das uns die Bude abfackelt ein Fenster bauen wir hier hin und das andere Fenster bauen wir dort hin ja so zwei Fenster auf dem nebeneinander was weiß ich was das bringen soll keine Ahnung ich habe hier auch schön versetzt hier habe ich da ein anderes Fenster reingebaut machen wir da auch weg wie schon gesagt ihr habt da richtig schnell gearbeitet dass ich so schnell wie möglich euch wieder Videos zeigen kann weil mir das doch ein bisschen mehr am Herzen liegt das Projekt hier ähm ich finde es bloß schade dass das von euch keiner so recht anschauen will aber ich mal da auch niemand einen Vorwurf der kann anschauen was er will ich spiele das ganz weil es einfach ein bisschen beruhigend ist gegenüber von Ama ja Ama kann immer schon ein bisschen lästig sein und da ist das richtig schön wenn man da mal ein bisschen entspannen kann ja Freunde das war's schon wieder von dieser Folge ich würde mich freuen wenn wir ein Like da lassen abonnieren wenn es euch wenn ihr mehr sehen wollt weiterempfehlen ja etc etc vielleicht Vorschläge geben was wir vielleicht noch zusammen spielen könnten was ihr gerne sehen möchtet und wenn ich dafür Interesse habe dann würde ich das euch gern vorstellen so man sieht sie bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt die Boomer Show geht weiter ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dann tschau 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 tschau